Achso, da muss er jetzt angezündet werden. Ich habe hier oben glaube ich noch... Ne, ich habe alles. Hm, wo ist denn, ne? Ah, da ist ein Niederstand. So, krass, jetzt fertig. Dann machen wir das eh doch auch mal. Okay, jetzt hole ich erstmal wieder Klaas. Ja, ich muss eh das oben machen. 6, aha, 7, naja. Also das M ist komplett fertig. Oh, und das dauert jetzt, ey. Ach, du musst den noch reingraben, okay. Naja, gut, na gut, na gut, dann äh... Gib's mit? Ne. Geh ich nochmal kurz runter. Ich muss dann noch den anderen Sand gleich holen. Und... Ist das eh jetzt schon fertig, Dalle? Ne, ist eh noch nicht das K, ist aber fertig. Achso, okay, dann müssen wir auch schon gut. Oh, das eh muss ich jetzt gleich noch auffüllen, dann geht das auch fertig. Achso, da hab ich ja noch was von Kies. Okay, jede Menge Erde. Ja, da ist das Holz auch noch. Ach Gott. Ich glaub, kein Ende. Kannst du übrigens gleich noch Feuerzeug machen, das langt eh nicht, was ich hab. Jetzt schon mal unten bis... So, das eh ist auch fertig. Feuerzeug, Feuerzeug. Ah, jetzt hab ich grad das Eisen. Ja. Okay. Mach ich... Reicht dann eines noch? Ja. Wie ging das jetzt nochmal? Achso. Jawohl. Dann... bring ich das Eisen schon mal rein. Und dann komm ich jetzt gleich wieder mit jeder Menge Sand. Ach, das M ist schon ganz fertig, cool. Ich guck mal grad, wie's von oben schon mal aussieht. Oh, nein, schon wieder. Okay, man sieht's natürlich nicht so gut wie eben, aber... Ja. Wenn man direkt rüber ist, sieht's natürlich gut aus. Ah, schon wieder! Nein, es regnet! Es regnet! Es regnet! Es gewittert! Halt Stopp! Halt Stopp! Das ist falsch! Das ist wenn er bleibt, wie ihr siehst! Genau! Ui! Wenn ich da anzünden! Zünd den Knaller! Ja! Soll ich den Knaller zünden? Ach, hatten wir nicht gesagt, dass wir jetzt bei den Fackeln auch noch äh, pflaster? Da ist ja auch noch äh, Marktplatz, ne? Das hatten wir, glaub ich, eben so gesagt. Jetzt haben wir den Marktplatz quasi 46x46. Ich hab kein Feuerzeug mehr. Oder soll man den Marktplatz so lassen? Was? Ach, wir lassen den jetzt einfach so, ist doch egal. Ich würde das so lassen. Ja, machen wir die Fackeln später irgendwann mal weg. Ich hab grad keinen Nervzück. Ist praktischer, wenn's dir jetzt anzündet, dann löscht ich gleich selber, gell? Perfekt. Jetzt musst du schon ein Stückchen höher fliegen, gell? Dass es halt so rüberkommt. Ja. Oh, wir haben lauter Zomis am Haus übrigens, ich seh's bis dahin. Ja, hier ist einer, der will unseren Wasserfall besuchen. Ich bin bloß nicht zu nah ans Haus nicht, dass da ein, äh, Creeper oder sowas spawnt. So, jetzt brauche ich erstmal nochmal, äh, ich muss ans Haus. Ich brauche noch mehr Glas. Aber, Hammer. Und jetzt wird's cool. Oh, Zombie direkt, äh, ich mach die Tür auf und der haut mal eine rein. Okay. Wie unverschämt ist denn das? Wie unverschämt ist denn das? Wie unverschämt ist denn das? So. Ja. Also, es ist ein Brumbeleuchtet, seh ich da? Ja, an zwei Stellen schonmal, eigentlich will ich an allen Ecken, beziehungsweise vielleicht sogar den ganzen Rand. Okay. Okay. Aber man sieht das nicht großartig, ne, wenn das unter Wasser ist. Ich hätte mir das irgendwie... Ist auch so gefehlt. Stärker vorgeschnitten, ja. Gut, aber... Äh, slash Feu geht schonmal nicht. Mehr Klammer auf. Fliiii, muss das heißen. Oh, ich vergaß. Äh, wenn man Glowstone... Den kann man nicht mehr kaputt machen. Doch. Kriegst du da vier... Zwei Glowstone-Schaub habe ich bekommen. Ja, das wird weniger, ja. Okay, das ist schlechte Ausbreite. Manchmal wird's weniger, ja. So wie bei dir. Und aus, aus vier kann ich einen, einen wieder bauen oder so? Ja. Gerne. Ja, und wo setzt man das Gaming hin? Oder setzt man überhaupt dann, ähm, Gaming hin? Boah, ich bin... Mocke reicht eigentlich, genau. Ja. Ja, da ist unten mehr Platz für Hütten und so. Ja, eben, weil sonst wäre das ein bisschen zu viel, glaube ich. Ja. 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 Ich wollte jetzt auch mal so einen Stand bauen, wie ich das ungefähr vorhabe. Also... Also... Ich würde sagen, wir warten aber noch, ähm, so mit dem richtig schönen Bild, bis hier auch der Brunnen beleuchtet ist und so. Ja. Wie du magst. Ich meine, ich find's trotzdem so schön, wenn ich schlecht mache, kann er später das Stadtbild ja noch mehr ändern. Das hat aber auch kein Problem. Ja, aber der leuchtet jetzt zum Beispiel an einem Eck. Also ich würde das wenn schon richtig machen. Und dann von weit oben, dann sieht man das Haus in der McDonalds noch. So, naja, wo ich jetzt bin, das wäre schon geil. Weil beim... In Abnab ist auch alles beleuchtet. Ahja, ich kann doch mal rüber gucken. Ach, das sehe ich so weit kann ich gar nicht sehen. Ich mach jetzt auch mal wieder erstmal... Erstmal wieder runter, so. Ja, ich auch. So. Ups. Ja, find ich auf jeden Fall sehr schön, das ist uns doch gelungen, oder? Mhm, auf jeden Fall. Und dann kann man nämlich wie hier so vom Marktplatz weg noch so ein paar Wege machen zu den nächsten Gebäuden. Und zwar bei der Marktplatz, das ist halt dann so das Zentrale von dort. Gut, ob er nachher wirklich in der Mitte ist, ist was anderes, aber... Ja, jetzt haben wir auch ein bisschen Holz gefarmt, ja automatisch. Ja. Ist auch nicht schlecht. Auch gut, ja. Stimmt. Ja. Schick, schick. Schick, schick. Schick, schick. Vielleicht muss jetzt noch ein bisschen Erde los werden. Jawoll. Ja, so meinte ich das auch. Darle. Ich glaube, ich weiß was du meinst. Perfekt. Was will er machen? Es muss keine große Hütte sein, ne? Genau, nur so ganz schmal und dann... Genau so ungefähr. Ja. Können ja hinten auch einen Eingang machen sogar noch, aber... Wisst du was wir machen? Wir machen so Holzschalter vor unseren Türen, dass die automatisch zu gehen. Da kommt einer! Ah! Ich hab gedacht, hier können wir sogar dann Schilder dranhängen. Keine Ahnung. Ähm... Ich weiß nicht, ich schreib jetzt einfach mal hier Obststand hin oder so. Irgendwie sowas. Oder irgendein Angebot mit Preisliste oder sowas. Sehr cool. Ja. Hast du noch dein Feuerzeug? Ja. Willst du es haben? Eigentlich. Hier. Ich hab's durch dich durchgekotzt. Ich hab's aber nicht bekommen. Ja, weil's hinter dir liegt. Jetzt hast du's. Nein. Was soll der Mann? Nein! Nein, meine Hütte. Ich setze auf, meine Hütte anzuzünden. Die brennt aber nicht, solange es regnet. Voll flöd, ne? Ja. Vielleicht müsstest du das Feuer innen setzen Soll ich mal probieren? Ja Nee, ist er löscht tatsächlich durch den Regen Ich mach mal hier einen Testlauf nochmal Ja, find ich cool Man kann jetzt hier noch so ein ganz kleines Vordach oder was machen Bei dem ein oder anderen Stand Muss ja nicht bei jedem sein Ja, das kann man ja Aus denen, Moment Ich brauche jetzt gerade mal Weil ich zuvor bin nach hinten zu laufen Ich hätte da nämlich auch noch eine Idee für einen anderen Stand Die werde ich mal kurz umsetzen Ich muss nur mal schauen Oder hast du alle Zäune dabei? Nee Nee, hab ich nicht Hm, wieso brennt der Baum nicht ab? Ja, weil es regnet Leg dich mal schlafen Dann hat es auch zu regnen Oder warte mal echt rein Ja, ich kann mich noch hinlegen Ist noch nicht hell genug Dunkel Genug Hast du aufgehört? Stufen? Ja, es hat aufgehört Brennt jetzt mal ein Baum Ach, ne, kein Zaun Der Blenden fällt mir noch nicht ab Dann mach ich ihn halt aus Oh Bist du irgendwie enttäuscht Wo bist du denn dein Bestand am hinbauen? Ach, ne, du bist Zäune gerade am machen, ne? Genau, ja Ich könnte ja im Kerosin ja nicht sagen, wie er an einem Baum abbrennt, aber Wie denn? Das finde ich eigentlich nicht Wie denn? Ja, du darfst ihn ja nicht am Stamm anzünden Du musst ihn am Laub anzünden Das brennt viel besser Genau Ja, das ist ja klar Aber das funktioniert nicht Schau mal Normalerweise müsste er ja sofort anfangen zu brennen Oder, äh, der Notch hat irgendwie eingebaut, dass nach dem Regen, dass die Blätter noch irgendwie nass sind oder so, aber Voll verpackt, ey Vor allem, äh, solltest du dir einen Baum suchen, der ziemlich alleine steht Und nicht direkt neben dem anderen Baum Ja, der brennt, nicht? Ich lass ihn jetzt brennen Schau mal Ne, die Hütte, das brennt, brennt nix mehr ab Total schade Ich meine, du kannst sogar dein Brunnen brennen lassen Ein Feuerzeug ist nass geworden Das ist so komisch, dass der Stein hier brennt, weißt Früher, früher ging das, glaube ich, nicht Der Kerosin hat ein neues Spielzeug gefunden Ja Was machst du jetzt hier? Auch so einen Stand, oder? Ja, aber so einen ganz einfachen wollte ich eigentlich noch machen Jetzt zündet er den Stein an So ein Pavilion, oder? Genau Lass doch mal brennen, ich will mal, wieso hab das Du alter Zündelkind hier, ey Lass doch mal, ich will mal sehen, ob der abbrennt jetzt Na, soll ich kaputt hauen Ich zündig euch an Das geht nicht mehr Es wird da brennt nix Vielleicht liegt das auch irgendwie Vielleicht hast du das irgendwie in Server-Einstellungen oder sowas Genau Dass man da noch was ändern muss, wäre möglich Ah, da ist ein Apfel rausgefallen Okay, dann soll ich mal aufzündeln Ja, wenn man so die Hütten hinbaut, dann ist der Marktplatz gar nicht so groß Ja, eben Ja, ja, das geht schnell, genau Dass der voll ist Ähm, ja Ja, was bauen wir denn hier an dem Marktplatz dran? Habt ihr schon eine Idee? Mhm Also ich hatte halt eine Kirche im Kopf gehabt Ja, eine Kirche, auf jeden Fall Ach so, nebendran, meinst du? Ja, ja, hier direkt nebendran, also Und dann, ja Möchtest du um deinen Brunnen noch irgendwas machen? Ähm, ja, irgendwas zum Verzieren wäre schön, ne? Ich hatte schon Überlegt Obwohl das ist ein bisschen schwer So hier außen rum? Ich hatte schon Ich hatte schon Überlegt, ob ich die Treppen Mal grad gucken, wie das aussieht Ich hatte schon überlegt, ob ich die Treppe hier rausnehme Dann hier noch eine Riege Erde drum mache Hier wieder Treppe einsetze Und dann hier Blumen halt pflanze, weißt du Und das halt hier komplett drum herum Aber da müssen wir dann irgendwie Gras erstmal drauf wachsen lassen Ja, Gras soll kein Problem sein, oder? Ja, ja, ne Nimm mal die Stufe Nimm mal kurz mit außen verbinden Und dann, äh Ja, du musst bloß eins tiefer noch gehen Und jetzt halt einfach die Erde hoch Meinst du, da wächst dann trotzdem Gras schon? Ja Ich denke, ja Können wir ja mal abwarten Lassen wir uns mal hier so stehen Vielleicht Ja, weil es ja mit der Erde verbunden ist Und dann mit der Oben ist dann die Wiese Ja Ja, ist halt die Frage Aber weil in, äh In einem bestimmten Radius ja gar kein Gras mehr wächst, ne Ob das dann klappt Oder ob nicht irgendwie ein paar Felder drumherum Doch irgendwo Gras sein muss Warten wir mal ab Eben, wenn Aber nichts ist dann zu wuchtig, weil du weißt Was denn? Was ist das jetzt halt? Warte, ist noch nicht fertig Ja, der Brunn wird halt überall noch ein breiter werden, ja Wird dann schon was größer noch Obwohl, naja Das sollte, ja eben Sollte eigentlich nur so ein Pavillon werden Aber das ist Naja, ich bräuchte an den Seiten noch Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt zu klein gemacht Ich muss noch mal ein bisschen ein paar Zäune machen Na komm Die Frage ist, wenn man da Knochenmehl drauf macht Ob das dann Klappt Ja, da musst du einen Baum pflanzen Ja, aber Knochenmehl bewirkt doch auch Aber das bewirkt auf einer Wiese nur Das darf Blumen wachsen Weiß nicht, ob das auf Erde dann bewirkt Ja, das auf jeden Fall Aber ich weiß halt nicht, ob das auf Erde bewirkt Dass da dann Gras wächst Ich habe jetzt auch gerade keinen Knochen dabei Egal Das Geletter hat eben nur Pfeile hingeschmissen Mach mal deine Hütte noch ein Fenster rein Hast du Glas? Hat jemand Glas dabei? Ich habe Glas dabei, ja Nö So, und das wäre quasi wie so ein Blumenladen Wollte ich da eigentlich machen Da würden jetzt einfach so ein paar Blumentöpfe noch reinkommen Ja, da haben wir noch einiges zu tun, gell? Ja Mhm, ah, jetzt sehe ich Oh, wir haben einen Zombie unten im Keller Du willst dann hier vorne noch eine Theke machen, so, oder? Ähm, ja, wäre auch noch eine Idee Es muss aber eh mindestens eins breiter Dass man links und rechts so Blumentöpfe hinstellen kann Ich hätte jetzt überlegt, ob wir hier nicht einfach eine Theke hinmachen oder so Kann man auch hier dahinter gehen noch Ist der jetzt da unten gespawnt? Ich glaube nicht Das macht überhaupt keinen Sinn, gell? Ist ja viel zu hell Äh, ich nehme mal Glasscheiben mit Ich glaube, das war's besser dazu Oder hast du jetzt schon was gemacht? Ich hab Glas Äh, ich weiß nicht, was du meinst Oder redest du mit mir? Nee, dann setz halt Glas rein Wo denn? Jetzt soll ich schon zuschlagen Äh, ich hab da Ich weiß nicht, ob wir da unten den Glas brauchen Ich hab hier so Beim Dahlis-Hein-Haus Äh, so Fenster außen hin gemacht Achso, äh, das Ich hätte da einfach nur vorne aufgemacht Ehrlich gesagt Wie vorne aufgemacht? Na so wie es war Ohne Fenster So Ich brauch noch mehr Zaun Ich habe da unten ein bisschen Ich habe da unten vor dem Pool Ich habe da unten ziemlich viel Pfeil Und da unten